Moin Leute, ich habe heute eine Wissenschaftsstory für euch, die so unfassbar gut zeigt, was im Moment zwischen Medienpolitik und Wissenschaft eigentlich so schiefläuft. Also ich habe wirklich noch nie eine bessere Story gesehen, die das beschreibt. Und zwar geht es um einen Wissenschaftler, der sich intensiv mit den Ursachen von Waldbränden beschäftigt hat und ein Paper dazu in einem der größten und wichtigsten Wissenschaftsjournale der Welt veröffentlichen durfte. Eine Woche später hat er sich mit einem kleinen medialen Trick ziemlich große Aufmerksamkeit verschafft. Ich glaube, das war nicht so ganz sein Ziel, aber das erzähle ich euch gleich noch. Und was dann passierte, das konnte er sich, glaube ich, selber kaum vorstellen. Er tauchte plötzlich bei den Fox News auf. Das ist einer der größten Newsender der USA. Er tauchte in der Washington Post auf, in echt allen möglichen Zeitungen und er wurde von Politikern zitiert. Ist das ja nicht eigentlich eine gute Sache, also grundsätzlich mal Kritik zu äußern? Nee, weil was der Journalismus und die Politik daraus gemacht haben und wie sie die Kritik eines verzweifelten Wissenschaftlers für ihre eigenen Zwecke wirklich missbraucht, verfälscht und manipuliert haben, und zwar alle Seiten. Das ist ein absolut dramatisches Schauspiel medialer, politischer und aktivistischer Akteure gewesen. Und eins kann ich euch jetzt schon verraten. Was der Wissenschaftler eigentlich wollte, das hat wirklich am Ende keine Sau mehr interessiert. So, es geht um Patrick T. Brown und sieben weitere Wissenschaftler. Die veröffentlichten Ende August letzten Jahres eine Studie in einer der berenommiertesten wissenschaftlichen Zeitungen, und zwar in der Nature. Diese Studie zeigte, dass steigende Temperaturen die Wahrscheinlichkeit von Waldbränden in Kalifornien erhöhen und er framete die Studie in Richtung Klimawandel. Und ich sage jetzt ernsthaft, also ich sage jetzt bewusst er framete. Etwa eine Woche nach der Veröffentlichung der Studie schrieb Brown einen Meinungsartikel für das Online-Medium The Free Press mit diesem Titel. Frei übersetzt heißt das so viel wie Ich habe die volle Wahrheit weggelassen, um meine Klimawandelstudie veröffentlichen zu können. Okay, jetzt, das klingt krass und ist es auch. Jetzt fragt man sich direkt, was hat er weggelassen und warum fühlte er sich überhaupt dazu gezwungen? Bevor ich euch das erkläre, ein kleines Danke von mir, denn das Team hier, was ich aufbauen konnte und auch unsere Unabhängigkeit, klappt praktisch nur, weil ihr uns finanziell unterstützt. Also danke dafür, Leute. Ohne euch würde der Kanal nicht existieren. Ach ja, und demnächst noch eine mega geile Folge über das, was ich in meiner wissenschaftlichen Arbeit, also KI für Flugzeugtriebwerke, wie ich die dort einsetze und was wir da eigentlich machen. Das wird, glaube ich, auch ziemlich spannend hier für die meisten. Also Abo nicht vergessen. Okay, zurück zum Thema. Jetzt muss man wissen, für einen Wissenschaftler, es ist ein mega Privileg, wenn dein Artikel in der Nature aufgenommen wird. Also wirklich ein riesen, riesen Bonus, ja. Also es ist wirklich ein Bonus auch für deine Karriere am Ende. So, jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum oder wo sehe ich sowas? Und dann seht ihr hier zum Beispiel, es gibt so Rankings für so Wissenschaftsjournalen. Und das hier ist so eines der wichtigsten Rankings. Und das, die Nature tatsächlich auf Platz 1. Also das heißt, für einen Wissenschaftler, es ist eine ziemlich große Nummer, da reinzukommen. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie diese Rankings eigentlich zustande kommen, nur ganz kurz. Hauptsächlich darüber, wie oft dein Artikel oder der Artikel, der da veröffentlicht wurde, dann am Ende zitiert wird. Also quasi Artikel, die in der Nature auftauchen, werden überdurchschnittlich oft von anderen Wissenschaftlern zitiert und gelten damit als besonders einflussreich. Also so in etwa funktioniert das. Das Ranking steht auch durchaus in der Kritik und so weiter, aber darauf wollen wir uns heute nicht konzentrieren, sondern heute geht es um die Geschichte von Patrick T. Brown. So, bevor wir in die Details reingehen, machen wir es mal heute andersrum. Ich zeige euch erstmal die Headlines, die Aussagen und alle möglichen Quellen von Medien und Politik. Und danach erkläre ich euch, was er eigentlich wollte und worüber er konkret geredet hat. Damit ihr die Diskrepanz sieht. Ich fand die heftig. Ja, fangen wir doch einfach mit dem größten Nachrichtensender Amerikas an, der auch international einfach unfassbare Reichweite hat. Das sind die Fox News. Ich glaube, die meisten von euch haben das zumindest schon mal gehört. So, jetzt sehen wir hier, ich übersetze es einfach mal frei. Ein Klimawissenschaftler gibt zu, seine Studie manipuliert oder bearbeitet zu haben, um vorab genehmigten Narrativen zu entsprechen. Das ist eine sehr, sehr krasse Aussage. Also das ist wirklich eine sehr heftige Aussage. Naja, ihr könnt euch denken, diese Headline und auch der Artikel lassen stark zu wünschen übrig. Er hat selbst natürlich nie von Manipulationen gesprochen, noch von vorab genehmigt oder sonst irgendwie was. Aber gleich Näheres dazu. Ich zeige es euch gleich, dann könnt ihr das besser verstehen. Die ganze Story schafft es sogar bis hierhin nach Deutschland. Und zahlreiche YouTube-Kanäle, insbesondere so aus der Klimaleugner-Szene. Aber zum Beispiel auch hier in dem Artikel von Agrar Heute, da ist zum Beispiel die Headline oder eine Sub-Headline. Danach verbreiten viele Medien bewusst Panik vor dem Klimawandel und den vermeintlich apokalyptischen Folgen. So, und auch hier kann ich euch schon mal verraten, das hat Brown so nie gesagt. Nur mal so am Rande, jetzt wegen Agrar Heute, das hat mich so ein bisschen irritiert. Dachtet ihr auch irgendwie, dass Agrar Heute irgendwie mit dem ZDF zusammenhängt? Also ich meine, die Ähnlichkeit ist jetzt dann doch durchaus verblüffend. Und auch wegen Heute kann man natürlich darauf kommen. Mir kam der Eindruck tatsächlich, also mir persönlich jetzt, und ich habe nachgeguckt und die haben gar nichts miteinander zu tun. Also das Agrar Heute ist nicht mal ein öffentlich-rechtliches Format. Das fand ich jetzt irgendwie schräg. Und böse Zungen könnten jetzt behaupten, man will hier den Anschein erwecken, dass dem so ist. Ich weiß nicht, warum man das tun sollte, aber das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Keine Ahnung, aber gut, was soll's. Auch super witzig war die Daily Mail, denn hier wurde behauptet, dass er Waldbrände in den USA ausschließlich auf die globale Erwärmung zurückführt. Nur um veröffentlicht zu werden. Und später wurde die Headline dann sogar nochmal geändert. Also das kann man auch ganz gut über diese Wayback Machine sehen. Und ein bisschen abgemildert, aber immer auch noch relativ weit weg von dem, was er da eigentlich wollte. So, selbst ein Politiker machte keinen Halt davor, das Ganze irgendwie für sich auszunutzen. Das war nämlich zum Beispiel hier James Gallagher, das ist ein bekannter US-Politiker. Er nannte ihn einen Whistleblower, der das Cherrypicking der Liberalen endlich mal laut ausspricht. Und ihr merkt schon, was hier passiert ist, also Politisierung und Instrumentalisierung. Also wir haben hier wirklich zwei Sachen, die sehr, sehr hart betrieben wurden. Und ihr werdet es gleich noch klarer erkennen, wenn ich euch zeige, was er eigentlich wollte. So, was auch so krass ist, dass es wirklich keine dieser Medien geschafft hat, das, was er wissenschaftlich kritisiert hat, korrekt wiederzugeben. Also wirklich nicht ein einziges Medium, ich habe keins gefunden. Deswegen schauen wir uns das auch einfach mal an, was wollte der eigentlich? Ja, ich fasse die wichtigsten Punkte für euch einfach mal zusammen. Ich denke auch, dass er tatsächlich nicht damit gerechnet hat, so eine massive Aufmerksamkeit zu bekommen und so stark politisch instrumentalisiert zu werden. Aber ich bringe gleich auch noch ein paar Aussagen von ihm, dann wird es noch klarer. Ein Ding war zum Beispiel Medienkritik von ihm. So, und er hat sich zum Beispiel darüber geäußert, dass viele Medien, wie zum Beispiel auch, ich glaube, die kennen auch die meisten, die New York Times beispielsweise, hier solche Artikel bringt. Wie der Klimawandel das einst üppige Hawaii in eine Zündstoffquelle verwandelte. Also das ist halt eine sehr, sehr harte Aussage auch. Und er hat halt gesagt, dass er findet, dass gerade diese Zeitschriften hier oft die ganze Waldbrände zu stark in Richtung Klimawandel framen halt. Und dass das zu Verzerrungen und damit zu Problemen für andere Bereiche der Wissenschaft führt. Ganz einfach, weil diese dann eben nicht mehr so stark gehört werden. Ebenfalls befeuern solche Headlines, ich würde mal sagen, angstmachend auch schon, auch die ohnehin problematische Debatte zwischen Klimawandelleugnern und harten Aktivisten. Also man hat da ja wirklich sehr, sehr harte Lager. Und die Diskussion da in der Mitte, also dazwischen irgendwie, die findet kaum noch statt. Es ist ja wirklich nur noch, es ist schon echt schwierig, überhaupt noch darüber zu reden vernünftig. So, und er betonte aber auch nochmals, und das fand ich sehr, sehr wichtig, Der Klimawandel ist eine sehr wichtige Ursache für Waldbrände, aber es existieren halt eben noch andere Ursachen und die verlieren so ein bisschen an Gehör. Und ich glaube, das war so seine Main Message. Das zweite war Konformitätsdruck. Ich glaube, hier würde man im Volksmund sagen, sowas wie Gruppenzwang. So, er äußerte Bedenken hinsichtlich der Publikationspraktiken in renommierten Journals, also zum Beispiel wie der Nature. Sein Hauptpunkt war, dass die gegenwärtige Dynamik in der wissenschaftlichen Publikation dazu führt, dass bestimmte Narrative bevorzugt werden, was möglicherweise den wissenschaftlichen Diskurs einschränkt. Einfacher gesprochen vielleicht, Hey Leute, ich hätte gerne etwas mehr Raum für andere Themen und das auch in großen Zeitschriften, denn das Thema ist es wert. Und er sprach jetzt hier von im Waldbränden und er wollte da halt auch nochmal andere Faktoren als den Klimawandel reinbringen. Und er sagte auch, ja, der Klimawandel ist ein wesentlicher Faktor für Waldbrände, aber es gibt halt eben auch noch andere und die gehen in meiner persönlichen Meinung aktuell etwas unter in der wissenschaftlichen Debatte. Also lasst uns doch hier nochmal genauer hinsehen und darüber diskutieren. Ich glaube, das war auch so ein bisschen seine Message, die er rüberbringen wollte. Was schrieb er noch oder was hat er noch gesagt? Er sagte halt, dass auch viel Manipulation stattgefunden hat. Die Artikel über ihn und das, was er da geschrieben hat, also viele Journalisten schrieben von Manipulation, also dass er manipuliert hat quasi, oder dass er bedrängt wurde von der Nature, also sowas stand da ja. Und er betonte da mehrfach, dass es eben keine Daten, dass keine Daten seiner Studie irgendwie manipuliert wurden oder sonst irgendwas. Er hat es etwas geframed, aber das ist sicherlich was anderes, als jetzt zu sagen, ich habe es manipuliert. Und er hat auch nochmal betont, dass kein Reviewer, also ihn zu irgendetwas gedrängt hätte, ja. Reviewer sind die Leute, die nach Einreichung der Studie, zum Beispiel in der Nature, die Arbeit dann begutachten und bewerten. Also das sind immer so die Leute, die dann gucken, taugt die was oder nicht und nehmen wir die überhaupt auf. Der letzte Punkt war fachliche Kritik. Er kritisierte insbesondere die Berechnung des FAR-Werts. Das ist ein Maß, um abzuschätzen, inwiefern ein Wetter oder spezielles Klimaereignis auf den anthropogenen Klimawandel zugeschrieben werden kann oder halt auch nicht. Zum Beispiel Hurricanes und so weiter. Oder auch Waldbrände. Das ist ja sein Thema. Seine Kritik ging dahin, dass kontinuierliche Ereignisse, wie zum Beispiel Dürren, mathematisch eigentlich anders zu behandeln werden und die Berechnung dann so verbessert werden könnte. Was er aber nicht sagte, und das stand wirklich in den meisten dieser Beiträge, dass die Klimawissenschaften alle erlogen sind. Noch sagte er, dass das alles totaler Blödsinn ist oder dass der Klimawandel in irgendeiner Form zu vernachlässigen wäre oder unwichtig ist. Und er sagte auch nicht, dass lokale Ereignisse wie Waldbrände nichts mit dem Klimawandel zu tun hatten. Und er hat auch keine Daten gefälscht oder manipuliert. Das waren alles Dinge, die ihm unterstellt wurden, um die Klimawissenschaften hier sicherlich zu denunzieren. Und ich denke auch mit relativ bewusstem Vorsatz. Aber, und das muss man auch sagen, auch die andere Seite, so Headlines wie zum Beispiel von der New York Times, die jetzt zwar nichts mit seinem Fall zu tun hatten, aber die vorher schon kamen und die er ja auch kritisiert hatte. Auch sowas trägt den Teil dazu bei, dass wir eine völlig überhitzte Debatte mit sehr extremen Lagern bekommen. Eine wissenschaftlich-sachliche Debatte um das Thema ist aufgrund der extremen Politisierung und Instrumentalisierung fast nicht mehr möglich. Und ich finde, das sieht man an diesem Beispiel so verdammt gut. Ja, wie ging es jetzt weiter? Wir haben jetzt hier einen sehr erfolgreichen Klimawissenschaftler, der urplötzlich inmitten einer politischen und medialen Schlammschlacht ist. Also er ist da wirklich mittendrin. Und hier ging es schon lange nicht mehr um die Wissenschaft, um das Klima und um Waldbrände. Und vor allem auch gar nicht darum, was er eigentlich kritisiert hatte, sondern darum, wie man diese Geschichte maximal ausschlachten und ausnutzen kann. Und zwar für die eigenen Zwecke. Ich habe selbst erlebt, was es bedeutet, so eine mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Vielleicht nicht so krass, aber ich glaube, ich habe es schon mal mitbekommen, zumindest mal reingeschnuppert, was das bedeuten kann. Und dass das oftmals alles andere als schön ist. Und wie schnell man hier die Kontrolle verliert. Also man hat irgendwann gar keinen Einfluss mehr darauf, was da eigentlich passiert. Man wird in irgendwelche Ecken gestellt, geframed. Und ja, ich finde auch irgendwie missbraucht tatsächlich. Obwohl man mit dem Scheiß eigentlich gar nichts zu tun haben will. Und ich glaube auch, dass das hier passiert ist irgendwie. Ich vermute auch, dass er diese Aufmerksamkeit nicht kannte, denn die Ereignisse überschlugen sich dann auch noch für ihn. Die Chefredakteurin der Nature hat natürlich reagiert. Ich denke, da blieb ihr am Ende auch gar nicht mehr viel übrig bei dieser riesigen Aufmerksamkeit. Ich fand inhaltlich auf seine Kritik ist sie nicht so gut eingegangen. Aber mit dem, was sie da geschrieben hat, wollte sie vermutlich ausdrücken, dass sie es scheiße fand, dass er sich nicht direkt an die wissenschaftliche Community gewandt hat und diesen Weg über das populistische Medien gesucht hat und damit halt großen Schaden angerichtet hat oder auch Schaden angerichtet wurde. Weiterhin drohte sie auch an, die Veröffentlichung genau zu untersuchen. Wobei man jetzt sagen muss, das Paper ist immer noch online, aber es wurde ein Statement der Autoren veröffentlicht, alles nach bestem Wissen und Gewissen veröffentlicht zu haben. Ich denke aber, die werden das nochmal sehr genau kontrolliert haben. Aber anscheinend war das okay. So, damit kommen wir aber auch zum nächsten Punkt. Die Mitautoren, die er hatte. Da waren nämlich sieben Mitautoren, die wurden nicht informiert. Also er hat das einfach gemacht, ohne dem überhaupt Bescheid zu sagen. Und ich denke mal, dass er sich vorher wahrscheinlich nicht bewusst war, was da jetzt auf ihn zukommt. Dennoch war das für die sieben Leute sicherlich ziemlich scheiße, da ja auch ihre eigene Reputation gefährdet wurde und vor allem das Ganze ohne sie überhaupt jemals gefragt zu haben. Ja, hier sehen wir noch relativ harte fachliche Kritik, auch von einigen Kollegen, auch an einigen Aussagen, die er getätigt hat. Also auch hier gibt es sicherlich nochmal Gesprächsbedarf, aber das wäre auf wissenschaftlicher Ebene hier, glaube ich, sinnvoller. Und ganz am Ende halt schrieb er nochmal eine Korrektur zu seinen eigenen Aussagen und versuchte einiges nochmal klarzustellen, mehr oder weniger glücklich. Man merkte aber daran, und ich lese gleich eine Frage mal vor, daran merkt man es sehr gut, dass er das nicht so geplant hat, was da passiert ist. Und danach gab es auch sogar nochmal ein Appendix von ihm, also einen Anhang, wo er nochmal Fragen von Zuschauern beantwortet hat. Und man merkte halt, wie das in ihm gerattert haben muss. Okay, die erste Frage, die er da aber beantwortet hat, die fand ich relativ spannend und auch schön. Die war nämlich ganz einfach. Bist du glücklich darüber, dass dein Werk von Leuten benutzt wurde, die denken, der Klimawandel ist nicht real oder wird nicht durch den Menschen verursacht? Und seine erste Antwort war, nein, bin ich nicht. Die Beweise sind überwältigend, auch, dass der Klimawandel zu 100% von Menschen verursacht. Und ebenfalls ist dieser extrem wichtig für Waldbrände. Und er schrieb da noch eine ganze Menge mehr, aber das ist so die Kernaussage. Und das Ganze ist echt lang, und man merkt einfach, dass er sich extrem damit beschäftigt hat, mit den ganzen Auseinandersetzungen und so, die er da wahrscheinlich abbekommen hat. Und auch, wie sehr das an ihm genagt hat irgendwie. Ich vermute mal, dass er während dieser Zeit nicht viel geschlafen hat. Am Ende nahm er noch einen Job in dem Breakthrough-Institut an. Das ist ein kleines, nicht so ganz unumstrittenes Institut im Bereich der Umweltforschung. Inwiefern er noch an seiner alten Forschungsstätte arbeitet, konnte ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht herausfinden. Also aktuell sieht es so aus, als würde er auch dort noch arbeiten. Ich denke, das ist jetzt aber auch relativ unerheblich und befürchte, dass das alles aber große Spuren bei ihm hinterlassen hat. Und das finde ich tatsächlich relativ traurig, denn ich glaube, das war gar nicht sein Ziel. An seinem Beispiel wird aber das Versagen des gesamten Systems deutlich. Ein in meinen Augen sehr interessanter und auch begabter Klimawissenschaftler hat einfach eine Kritik gegenüber der Publikationsmethodik eines sehr renommierten Journals geäußert und wollte vermutlich einfach nur, dass auch einfach andere Themen wieder mehr Raum in der Nature bekommen. Er hat Medienkritik gegenüber Übertreibungen und Unsachlichkeiten bei Berichten rund um den Klimawandel geäußert und sagte, Leute, das schadet anderen wissenschaftlichen Feldern. Bitte lasst uns hier mal irgendwie miteinander reden und die Wissenschaft wieder mehr diversifizieren. Ja, ich glaube, viel mehr wollte er unterm Strich eigentlich gar nicht sagen und es sprach sicherlich auch ein gewisser Frust aus ihm heraus. Das verstehe ich, glaube ich, auch. Dennoch, ich finde, es war ein durchaus verständlicher Wunsch und eine Debatte, die man hätte führen können und auch sollen und auch darf. Bis zu dem Punkt fand ich, war auch alles soweit okay. Aber dann kam, glaube ich, es ein Fehler. Er hatte halt, um das zu tun, die mediale Aufmerksamkeit gesucht und die hat er bekommen und ich glaube nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Denn was er eigentlich sagen wollte, das hat eigentlich niemanden interessiert. Ich glaube, das ist relativ klar geworden. Am Ende wurde er zum Spielball diverser politischer und medialer Akteure, was ihm eigentlich am Herzen lag, Waldbrände, deren Ursachen und Verhinderungen, ohne den Bias in der breiten wissenschaftlichen Öffentlichkeit zu diskutieren, wurde am Ende überhaupt nicht mehr erwähnt und hat auch einfach gar keine Sau jemals interessiert. Vielleicht hätte er mehr Erfolg gehabt, hätte er das einfach in dem wissenschaftlichen Diskurs geklärt, also direkt sich an die Nature gewandt oder an die Community. Vermutlich hatte er aber, ich glaube auch nicht ganz unberechtigte Sorge, dass er gar nicht gehört wird. Möglicherweise sollten wir hier als Wissenschaftler auch nochmal in uns gehen und seinen Fall nochmal gewissenhaft reflektieren. Ich fände das, glaube ich, nicht ganz verkehrt. Denn grundsätzlich, ich finde es wirklich wichtig und auch notwendig im Moment, dass Wissenschaftler viel stärker an die Öffentlichkeit gehen und Dinge erklären, gerne auch mal öffentlich kritisieren. Aber jetzt stellt euch mal nach dieser ganzen Story die Frage, würdet ihr euch diesen Horror antun wollen und ist überhaupt noch für die Wissenschaft Platz in dieser extrem überhitzten Medienwelt?